Mit welcher einfachen Morgen-Mobility-Routine du in deinem Urlaub noch mehr entspannen kannst, zeige ich dir jetzt. Komm in einen hüftbreiten, stabilen Stand, atme in der Folge nur noch über die Nase ein und aus und versuch, wenn du die Routine für dich verstanden hast, so viel du kannst auch deine Augen zu schließen. Mit deinem nächsten Einatmen führst du die Arme über vorne nach oben, kommst in eine sanfte Rückbeuge, verschränkst alle Finger ineinander, nur die Zeigefinger bleiben gestreckt und ausatmend lässt du in den Schultern nach unten los. Einatmend kommst du in die Seiteneigung nach links, schiebst die Hüfte in die Gegenrichtung nach rechts, ausatmend komm zurück zur Mitte. Einatmend, Seiteneigung nach rechts, Hüfte nach links. Ausatmend komm zurück zur Mitte, beug deine Ellbogen ein, die Handflächen weisen zueinander. Nächster Einatmend, komm in die Drehung nach links, dein Becken lass stehen oder dreh sogar etwas in die Gegenrichtung. Blick geht in die linke Hand, ausatmend komm zurück zur Mitte. Einatmend nach rechts, Becken stehen, lass nur dagegen drehen. Ausatmend komm zurück zur Mitte, lass die Arme neben den Körper sinken. Einatmend, führ die Arme über vorne nach oben, komm noch mal eine sanfte Rückbeuge. Ausatmend, beug die Knie leicht ein und komm in eine Vorbeuge aus dem Stand. Lass dein rechtes Knie gebeugt, dein linkes Versuch zu strecken, so gut du kannst. Du bleibst mit den rechten Fingerspitzen auf dem Boden und einatmend, kommst du in die Drehung nach links. Der Blick folgt der Hand. Ausatmend, komm zurück zur Mitte, beug das linke Knie ein, versuch das rechte zu strecken. Einatmend, Drehung nach rechts. Ausatmend, zurück zur Mitte. Einatmend, schieb die Knie nach vorne, mach den Rücken ganz gerade und öffne deine Schwingen. Das ist hier die Adlerhaltung, der Nacken ist lang. Ausatmend, komm in die Hocke. Wenn notwendig, heb die Fersen, ansonsten dürfen die Fersen gerne unten bleiben. Sonst einfach hoch auf die Zehenspitzen. Lass einmal in die Hocke los und einatmend, kommen wir wieder in den aufrechten Stand, führen die Arme über vorne nach oben und jetzt beginnt der zweite Durchgang. Wir machen noch einen gemeinsam. Hände ineinander verschränken, nur die Zeigefinger sind gestreckt. Ausatmend, Schultern loslassen. Einatmend, Seitenneigung links, Hüfte schiebt nach rechts. Ausatmend, zurück zur Mitte. Einatmend, andere Seite. Augen schließen, wenn du kannst. Ausatmend, zurück zur Mitte. Löst die Hände, lass in den Ellbogen los. Einatmend, Drehung nach links, Blick in die linke Hand, Becken stehen lassen. Ausatmend, ausatmend, einatmend, nach rechts. Ausatmend, Mitte, lass die Arme sinken. Einatmend, fühl die Arme über vorne nach oben, sanfte Rückbeuge. Ausatmend, Knie einbeugen. Vorbeuge aus dem Stand. Linkes Knie, Versuch zu strecken. Einatmend, Drehung nach links. Ausatmend, Mitte. Linkes Knie beugt, rechtes Versuch zu strecken. Einatmend, Drehung nach rechts. Blick folgte Hand. Ausatmend, Mitte. Beide Knie beugen. Einatmend, Knie nach vorne schieben. Adlerhaltung, Arme ausstrecken. Auf Schulterhöhe, Nacken ist lang. Ausatmend, lass in der Hocke los. Einatmend, komm in den aufrechten Stand. Führ die Arme über vorne nach oben. Jetzt würde der nächste Durchgang folgen. Wenn du beendest, führst du dann ausatmend die Arme über die Seiten zum Körper. Mach so viele Durchgänge, wie dir gut tun. Du kannst auch mal die Position ein bisschen halten. Mehrere Atemzüge in einer Position nehmen. Du wirst sehen, dass es sehr, sehr angenehm ist. Grundsätzlich, wenn du merkst, das geht doch bei dir alles ein bisschen zäh und du musst ein bisschen mobiler werden, kann ich dir von Herzen unser neues Mobility-Programm für Anfänger empfehlen. Wird hier unten in den Kommentaren angepinnt und hier oben natürlich auch verlinkt. Ansonsten wünsche ich dir einfach einen wunderbaren, entspannten Urlaub. Freue mich über ein Däumchen nach oben und bin an dieser Stelle wieder raus. Ciao.